Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr euch auf dem iPhone von eurer Apple ID abmeldet. Und das geht ganz einfach. Dazu gehen wir in die Einstellungen und tippen hier oben auf unseren Account. Wenn wir hier runter scrollen, haben wir auch gleich den Punkt Abmelden. Und wenn wir darauf klicken, können wir hier noch einmal bestätigen und noch einmal. Das war es auch schon. Jetzt ist die Apple ID vom iPhone entfernt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.